So Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade im Zug Richtung München. Denn für mich geht's heute nach Salzburg. Dort besuchen wir Freunde und ich saß ja vorgestern schon im Zug. Wenn ihr meinen Frankfurt-Vlog gesehen habt, dann wisst ihr das. Und jetzt sitze ich schon wieder im Zug. Und das ist halt wie ganz schön, weil das kommt halt leer. Und wir sind jetzt ungefähr schon drei Stunden gefahren. Und fahren jetzt nochmal so das gleiche. Und dann sind wir da in München und dürfen dann umsteigen. Und ich nehme euch ein bisschen mit der Kamera mit. So jetzt die Tage. Ich bin bis Sonntag dort. Heute ist Mittwoch, nee heute ist Donnerstag. Und wir sehen uns dann vielleicht in München oder Salzburg wieder. So Leute, was geht's? Ich stehe gerade auf 1250 Meter über Salzburg. Ja, das ist hier der Geißberg, wo ich gerade bin. Das ist ein richtig heftiges Panorama. Richtig, richtig cool. Ich liebe diese Berge einfach. Das ist so cool. Und es ist nicht mehr kalt. Es ist gerade dieser Föhn hier im Süden. Und ja, ich habe hier leider ein bisschen Kreisluftprobleme irgendwie. Ich weiß auch nicht, vertrage ich diese Höhe gerade nicht. Aber ansonsten, ja, morgen geht's jetzt zurück nach Berlin. Ich bin jetzt hier schon zwei Tage. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. So Leute, ich bin hier gerade in der Innenstadt von Salzburg. Ich habe hier gerade noch in diesem Café hinter mir einen Café getrunken. Ich bin hier gerade unterwegs, mache morgens ein paar Fotos. Ich will ein bisschen was für euch. Ihr habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und jetzt gehen wir mal Richtung Fluss. Und nachher geht dann mein Zug wieder zurück nach Berlin. Und jetzt laufen wir erstmal weiter. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich bin wieder zurück in Berlin angekommen. War eine ziemlich stressige Rückfahrt für mich. Mir ging es nicht ganz so gut. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich sitze hier gerade noch im Schnitt vom Video. Also bin ich jetzt eigentlich so gut wie fertig. Ja. Das war's jetzt auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Ciao. Ich sitze gerade wieder im Zug. Wie letztens auch schon. Weil ich bin ja nach Frankfurt gefahren. Und jetzt fahre ich gerade nach München. Also ich war so nach Salzburg. Das muss ich aber...